Tja, das Problem ist, manche Menschen in diesem Land sind sehr, sehr reich. Aber die meisten sind sehr, sehr arm. Und wissen Sie wieso? Weil sie alle scheißfoul sind! Der Wahnsinn ist angesagt! Eine neue Partei und neue Ideen! Eat the Rich! Sind Sie krank? Ja, ich bin krank. Aber ich stehe auf den! Ein völlig ausgeflippter Versuch, die Wähler auf seine Seite zu bekommen! Da sollten wir doch etwas unternehmen, Spider! Ich meine, wir müssen diesen Mann stoppen! Ein Restaurant, in dem es drunter und drüber geht! Sie verabscheuen den Kapitalismus, aber sie servieren Menschenfleisch! Na und, das geht Sie doch einen Scheißdreck! Eat the Rich! Hallo, wir planen einen Volksaufstand. Hast du nicht auch Lust dazu? Na logisch, das wollte ich schon immer. Hallo, steig auf! Was habe ich da vorhin gehört? Du willst nicht zur Wahl gehen, du mieses Arschgesicht! Nein, das war doch nur ein Witz. Wir müssen diese Schweineköpfe aufhalten, bevor es zu spät ist! Eat the Rich! Come on, you baby! Eat the Rich! An Ihrer Stelle würde ich nur die Pommes frites essen. Hier spricht die Polizei! Sie haben soeben den Premierminister verspeist! Was ist die Steigerung von Wahnsinn? Eat the Rich! Die Rich! Get in the restaurant, tell the waiter, just what you want. Is it the meat you wanted to eat?